hallo meine kleinen abenteurer weiter geht's wir wollten ja jetzt noch hier oben alles erkunden das werden wir auch tun mal gucken ob das funktioniert ja können können funktionieren ich glaube ich muss sogar hier hin ja das kriegen wir hin alle hauptsache jetzt immer mal hier oben mal gucken was wir hier oben noch schönes finden geister kugel was ist da oben aber was kann die pflanze darum hängt die einfach nur ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen dass sie da einfach nur rum hängt moment nee nie geisterbogen geister klingeln das ist einfach nur eine pflanze die einfach nur da oben so komisch sieht halt so aus als man mit der was machen könnte und ich komme nicht mal hier hoch okay mit der pflanze kann man da oben nichts machen na gut okay ist okay kann akzeptiere ich kann nicht akzeptieren guti dann geht es noch höher so halt nur gucken wir noch hier kommen ich glaube wir haben gerade moment okay wie kommen wir jetzt ich glaube wir hätten das viele töten dürfen es hat irgendwas hier mit der pflanze zu tun oder mit der pflanze kann man auch nichts machen nicht interagieren oder sowas die hängt da einfach nur aber wie kommen wir jetzt noch höher das ist die große frage ich würde gerne noch höher kommen ich dachte das wäre so eine pflanze die so die dinger rausschießt die geschosse war irgendwie das gefühl das ist so eine pflanze aber ich weiß nicht wie wir die aktivieren können ich schieße noch mal dagegen bringt auch nichts okay wie kommen wir jetzt noch höher gehen wir noch mal kurz runter kann man hier irgendwo die blase hier aber mit der blase können wir glaube ich nichts anfangen also die kriegt man nicht da also oder wir können es mal versuchen aber ich kann mir nicht vorstellen dass wir die blase die blase liegt jetzt hier hoch wo ist sie und ich sag mir bitte nicht wir müssen die blase jetzt zu lenken okay die explodiert aber auch noch mal zeit wie kommen wir hier hoch ich werde es noch mal versuchen hier können wir auch nichts machen ne es sieht so aus als man hier den stein irgendwann bewegen kann oder bewegen muss besser gesagt und das Vieh ist auch noch nicht da ne das Vieh ist jetzt auch noch nicht da wenn man kann jetzt hier hin da oben ist halt auch zu ne hier oben ist zu ich glaube wir können wir können nur von hier aus dahin machen wir das irgendwann später aber was ich nochmal schnell machen möchte ist hier oben die Ecke die würde ich nochmal ganz kurz erkunden warte hier oben da oh ne oder echt jetzt kommt das jetzt immer hier oh moody und für b machen wir die generation wieder rein da guck mal hier unten kann man doch glaube eine blase frei machen oder die fisch ist hier noch töten komm wir töten mal die fische weil wir kommen sonst gar nicht mehr raus sehe ich gerade die flase ist jetzt frei ok 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 ich überrasche ich gute 피cher drei also ich bevor ich bin jawoll jetzt ist das wasser weg okay war das so schlau hier zu töten weil wie kommen wir jetzt da hoch okay es ist hier oben auf okay aber wie kommen wir jetzt am schlausten da hoch nein uri jawoll wir haben es geschafft und damit haben wir die lebenszelle jawoll das ist doch das ist doch sehr schön okay da haben wir das hier auch schon mal klären können das ist doch super und ich würde jetzt wirklich sagen hier oben weiß ich noch nicht so ganz wie wir hier hinkommen das erfahren wir irgendwann ich würde sagen das erfahren wir irgendwann und jetzt müssen wir hier unten bericht erstatten leider es wieder einer unserer freunde gehen musste es ist schon das ist schon echt echt krass ne spiel kennt auch keiner erbarmen okay das kriegen wir jetzt nicht kaputt wo müssen wir hin wo müssen wir hin hier hoch großer wächter wunderbarer lehrer so musik und weise ich muss meine respekt zollen aber ich habe nicht mehr die kraft um zum sumpfland zurück zu reisen dieses amulett kovok gab es mir vor langer zeit kannst du es zu seinen teich im tal bringen können wir machen natürlich und wo ist da okay das ist hier hinten das ist okay das ist da ich dachte gerade das wäre vielleicht hier oben vielleicht die explosion die explosion bringt uns hier auch nicht weiter ich würde trotzdem noch mal ganz kurz was ausprobieren wollen wenn man da hoch auf die von hier aus darauf noch mal auf die pflanze auf dem baum na komm hier oben waren wir ja schon das ist ja da unten nur okay von da von da kommen wir nur die blasen also okay das ist ja gar nicht so wichtig sehe ich gerade na gut dann gehen wir wieder dann gehen wir jetzt zu ich würde sagen zu unserem bau gehen wir jetzt erstmal zurück wir haben ja wir haben ja jetzt ein paar steinchen wieder golek erz und wir können ja das nächste bauen das sollte man auch tun wenn wir uns jetzt heute noch weg teleportieren ich werde natürlich schön okay alle hallo krom projekte ansehen ok davon brauchen wir 10 neue höhlen der eingang zur alten hülle sieht aus als würde er bald zusammenbrechen da würde ich sagen sollen wir den eingang machen oder sollen wir neue höhen bauen also die häuser ich habe höhen gerade gesagt höhen natürlich ich glaube wir holen den eingang kommt und ich denke mal wie können jetzt dadurch das werden wir auch machen so jetzt können wir nämlich runter gehen denke ich mal jetzt können wir hier durch jawohl jetzt kommen wir hier durch dann machen wir das doch mal und ich bin gespannt was uns hier so schön ist erwartet wie bin ich denn jetzt gerade gestorben da oben irgendwas oder ist da oben nur ein licht ok ich glaube da oben ist nur ein licht wieso aber ich moment bin ich doof aber hier wird das so mega dunkel was soll ich denn da machen woher ja brauche ich hier noch irgendeine fähigkeit muss ich hier irgendwas kann ja mal hier ganz alt ich kann ja mal hier kurz gucken das verstehe ich gerade nicht das ist mir jetzt gerade wirklich ein bisschen zu hoch aber wir haben hier ein kristal was was können wir hier mit den mana also wir sollen ja hier irgendwas mit mana hier oben machen ist die frage nur was weil selbst hier sterbe ich ja langsam seht ihr das hier fängt das schon an dass ich hier also hier ne das war aber ihr mittel gelogen dass man jetzt einfach die höhliche erkundschaften kann ohne probleme ja wieso fange ich hier an zu sterben das verstehe ich nicht die kind sauerstoff oder wie kriegt man das sauerstoff hin ich habe irgendwie gedacht dass man hier mit windstoß ich springe jetzt einfach mit voller ok oh mein gott glaube ich will machen müssen wir müssen von eben sauerstoff punkt glaube zum nächsten ok das ist natürlich ok ok ich glaube da war ein punkt mist ne hä mutti ne verstehe ich nicht ok gut wir gehen erstmal hier raus ähm da muss ich mich mal andersweitig kundig machen red noch mal mit monkey aber es war kein kleines lauter es war eine ganze höhle da unten wirst du licht brauchen die dunkelheit tut weh ok kann ich jetzt hier so eine kerze mitnehmen wie komme ich denn ans licht da brauche ich doch bestimmt eine bestimmte fähigkeit um hier ans licht zu kommen aber ok das wissen wir noch nicht das heißt wir werden das andenken jetzt hier abgeben hier unten haben wir ja auch noch einen ganz schönen weg glaube denke ich mal also hier unten wird es bestimmt auch noch ein bisschen da haben wir auch noch was das müssen wir auch irgendwann holen da haben wir auch noch was wir werden jetzt erstmal hier hingehen also wir brauchen für die höhle definitiv licht ich habe irgendwie gedacht dass man ähm von einer lichtkugel zur nächsten laufen muss aber es scheint nicht zu funktionieren also entweder wir brauchen eine bestimmte fähigkeit die uns licht spenden kann die wir vielleicht gar nicht haben oder ich bin einfach nur überfragt das kann auch sein ich kann kann sein dass ich einfach nur überfragt bin und dass es eigentlich voll einfach ist nur geradeaus ne ja und dann gucken wir mal hier unten dann aber ich bin auch aua hier oben brauche ich ja nichts mal nö ok Guti. Das ist krass, wie dunkel hier die Gegend ist, ne? Heftig. Okay, wir sind besorgt. Ich helfe euch, meine kleinen süßen Tierchen. Ich helfe euch. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, klingt zwar vielleicht ein bisschen gemein, aber ich würde den Wald ja verlassen. Aber gut. Die sind einfach schon zu viele gestorben, aber ich kann hier auch nichts machen, okay. Kann man schon ein Ehrlichs hier abgeben? Hm, würde mich jetzt mal interessieren. Ne, okay. Ich glaube, ich kann hier... Der habe ich hier? Nee, okay, ich war ja, glaube ich, schon drin. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt schon ein Ehrlichs abgeben. Ne, gut. Wir werden jetzt mal hier das Amulett platzieren. Okay, da haben wir das auch geschafft. Ich würde schon fast sagen, wir gehen mal hier runter zum Zipfel. Weil wir haben noch keinen, der sich mit Pflanzen auskennt. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier runter. Mal gucken. Mit der Höhle, das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, wie wir irgendwie durch die Höhle kommen. Dass ich irgendwas vergessen habe. Aber ich wüsste halt nicht, was. Das war falsch, oder? Ja, wir müssen noch viel, viel weiter runter. Wir müssen überhaupt hier hoch. Wir müssen auch gar nicht hier hoch, Mensch. Tut mir leid, dass ich euch benutzt habe. Ich habe euch benutzt. Fühlt euch dreckig. Als die Dunkelheit kam, schickte Kovok die Monkey zu den Schimmelwaldtiefen. Okay, hier muss ich schon jetzt was finden, was hell genug strahlt. Also hier komme ich dann auch scheinbar nur rein. Halte dich von der Dunkelheit fern. Okay. Das werden wir natürlich tun, meine Freunde in der Sonne. Aber vorher möchte ich gerne nochmal hier gucken, ob wir hier noch was interessantes haben. Äh, das war's? Okay. Ich glaube, das, äh, ja. Das habe ich mir schon mal ergattert. Okay. Ist hier oben noch was? Ja. Da oben noch was. Okay. Öff, wie soll ich denn das hinbekommen? Vielleicht von hier unten? Aber man wird ja nicht schneller, oder? Okay, hier hört's auf. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn da hochkommen? Na gut. Wir machen, wir machen erst mal hier runter. Haben wir hier... Okay, hier haben wir noch was. Ja, das ist ja... Das ist ja wirklich hier liebevoll. Ja, komm, explodier. Ich mach' auf. Ja, hier war kein Wind mehr. Hier war kein Windkanal. Ich wollte gerade echt sagen, ich mag die Hülle jetzt schon. Muss ich... Muss ich echt sagen. Ich bin die Hülle jetzt schon sehr interessant. Hä? Das habe ich nie rausgeholt. Okay. 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 Oh, da, 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 da. Da, 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 da ist Kolekertz. Ich verstehe noch nicht so ganz, was mir das... Warte mal, wo ist der? Hier ist es hier so... Ah, hier hinter. Ich glaube. Jetzt schieß nochmal. Da, da war der Eingang. Ich glaube. Nee. Hä? Mann, du blöde Arschbuch. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Hier, was mir das hier... Äh... Sagen soll. Aber gut. Ich glaube, an den Kolekertz kommen wir noch nicht rein. Da fehlt uns bestimmt irgendwas. Ach, da oben ist irgendwas. Ah, da oben ist irgendwas. Okay, wir können an den Dingern. Okay. Ah, okay, okay, okay. Ah, jetzt haben wir hier, okay, jetzt haben wir hier eine Lichtquelle. Hier haben wir natürlich jetzt die ganze Zeit hinterherlaufen müssen. Und hier haben wir was. Ja, und wie es weiter geht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein und tschüss. Mal.